Moin Moin zum 16. Spieltag der 2. Liga mit unserem TSV 1800. Mönchen heute nach Nürnberg auswärts zum kleinen Derby quasi, bayerischen Duell parallel heute nach. Heute Abend dann die Partie zwischen Würzburg und Braunschweig an diesem Nachmittag. Und damit würde ich sagen, fackeln wir nicht länger und gehen auch gleich rein unverändert in die Partie. Die Nürnberger drücken ja auch von unten Richtung Platz 3. Für uns sollte das mit 11 Punkten Vorsprung auf Platz 3 eigentlich kein großes Problem mehr sein. Und damit heiße ich euch willkommen, so muss richtig, im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Und wir schauen mal, wie der Klub dann hier gleich aufstellt. Da kommen die Mannschaften aufs Feld, da sehen wir es. Wir schauen, in Panu-Bären sind wir da schon als Nürnberger Kapitän nach wie vor. Bei nassen und schwierigen Bedingungen hier in Nürnberg. Und dann gucken wir noch kurz weg auf die Tabelle. So ist jetzt die Tabellenführer Nürnberg. Sieb Tor, aber nur... Na, der Hüttenpunkt weg ist fest. Ich muss noch nicht mehr, weil die Wendenball Bremen schon gespielt hat. Das könnte Leibold sein. Und hier Nürnberger. Problem ist auch da hier. Kirschbaum, Riveres, Hofland, Mühl, Jack Bar, Petrak, Behrens, Kempe, Leibold, E.V.C., Futsalien. Im Stubensalien ist es schon auf hier, müssen wir aufpassen. Nehmen 4, 2, 3, 1. Unsere Aufstellung... kennen wir. Aber auch da werfen wir noch mal einen ganz kurzen Blick drauf. Und damit würde ich dann sagen, nachdem noch mal der Motivationskreis gebildet ist, eröffnen wir die Partie hier in Nürnberg über Rese und Hauptmann. Und auf geht's. Römmel. Mittelstädt. Römmel. Nürnberg steht sehr kompakt hin. Jetzt müssen wir versuchen, sie ist mit allem hinter den Ball da erstmal zu kommen. Rese gegen Hofland kann, dass ich nicht ganz entscheidend genommen habe zu liegen. Kempe, Mittelstädt dazwischen. Einwurf. Nürnberg. Riveres, Petrak, Behrens wieder zurück. Kempe auf die Seite. Behrens direkt weiter geht. Eivseev wird dazwischen gegangen. Prömmel. Behrens ist dazwischen. Kempe, Petrak, Eivseev, Jaguar, Laibold, Prömmel, Lakazet, Orbella, Eivseev, Behrens. Da außen ist keiner bei Kempe. Mittelstädt über kommt dazu und hilft und klärt. Kerk, Lakazet, Polic 2 durch, rüber auf die dritte Seite. Jeremy Dudziak nimmt den Ball in Empfang. Hoppmann, Lakazet, Kerk, Prömmel, Dudziak, Prömmel, Hoppmann, Lackazet geht vorbei, Lakazet 1-0. An Kirschbaum vorbei, in die langen Ecke, die 13. Minute. Hier in Nürnberg. Ganz wichtig, dass er da sich noch so gerade im Lang macht und den Ball vor Kirschbaum, der herausstürmt, noch in die lange Ecke, aber ins leere Tor quasi hineinsetzt. Und das ist sein zweites Sontor, sein erstes Sontor sogar erst für ihn. Die frühe Führung in Nürnberg in der 13. Spielminute. Und die große Frage, wie reagiert der Klub? Auf Prömmel, Hauptmann, Reze, Lakazet, oh der Ball ist nach vorne. Lecks, Reze, Ball kommt irgendwie zu Kerk, der Fehler von Kempe, deswegen gerettet man in Kerk's Laufbahn. Kerk kriegt den Ball noch zurückgelegt, Hauptmann zum ersten, geblockt und der zweite Abschluss erfolgt dann nicht. Beritz, Lakazet dazwischen, Lecks, Hauptmann, Lecks, jetzt hier schon mal der Abschluss, Hauskirschbaum zur Stelle, Eckball führen die Löwen. Aber das ist aber stark, Hauptmann, wichtig, um auch gleich weiter zu zeigen, dass man hier das zweite spielen möchte. Eckball kommt auch gleich vor den Hauptmann da an, in 5 Meter Raum. Lecks, nee, Leibold ist dazwischen. Salih geht vorbei am Mittelstück, das aber ist wirklich ganz gefährlich, denn da ist jetzt eine Menge Platz für Leibold. Der ist auch nicht so langsam, Salih erst recht nicht doppelter Doppelpass. Leibold am Ende Udukay mit Kehra im Verbund. Ohne Gefahr. Prömmel, Kerk. Auf Duziak im Spielaufbau der Löwen. Berkazet, Kreese. Prömmel, Mittelstädt. Prömmel. Schlechter Wall. Aber Kerk ist dazwischen. Prömmel, Reese. Hauptmann, Reese, da läuft nicht ganz die richtige Laufrichtung, deswegen der Pass nicht zielführend. Müll klärt. Auf Chakpa für Nürnberg. EF safe dabei. Seitenwechsel. Riveres direkt zu Kempe. Kerk arbeitet mit zurück, wichtig in dieser Phase. Petra kann sich drehen. Riveres, wieder Petra. Salih, Kempe, Riveres. Udukay bei ihm. Freistoß für Nürnberg nach einer halben Stunde. Achtung, Freistoß durch Kempe, der kann das, das ist durchaus eine Gefahr. Ball erstmal geklärt. Beretz, Lackazet. Udukay. EF safe. Udukay dabei. Der Ball nicht geklärt. Hanno Beretz nach außen. Kerk ist dazwischen wichtig. Und Riveres gleich mit dem Grünpressing. Letztes und Einwurf 33 Minuten gespielt. Mittelstädt. Einwurf Kehrer. Mittelstädt. Kerk. Frischer Prömel rübergelegt. Udukay. Uziak. Da ist jetzt Ballplatz im Zentrum. Hauptmann versucht es gleich. Reze. Prömel. Kerk. Für Mittelstädt. Riveres steht da. Aber gut. Der Mitgliedert traut sich nicht, mit Tempo vorbeizuziehen. Ich gehe nochmal zurück. Reze. Udukay. Schlechter Ball. Lackazet. Udukay. Reze. Hauptmann. Reze. Hauptmann. Mühl. Klumpter. Zwischen. Grätsch. Dazwischen. Funkt ihm den Ball weg. Duziaks. Fehler dann doch nicht. Lex. Prömel. Oh, schlechter Ball von Krischer Prömel. An dieser Stelle. Elbsev. Gut dazwischen zunächst. Mal sehen wir den Ball sehr weit weg springen lassen. Bei der Ballannahme. Petrack. Duziak. Foulspiel gepfiffen. Freistoß für den ersten. Durs kommt von Leibold. Leibold. Prömel dazwischen. Lex auch. Und nochmal Reze. Hauptmann. Petrack legt ihn. Fiff. Die Löben haben aber keine gelbe Karte. In der Nachspielzeit. Im ersten Durchgang. Hudokai. Lakazet. Duziak. Die Linie entlang. Lex. Klar. Flanke Versuch. Kommt nicht an. Hörberg kann da klären. Dann ist hier aber Pause. 0 zu 1 aus Dürnberger Sicht. Und damit gehen wir rein in die Kabinen. Standen kurz auf die Parallel. Spiele nämlich Würzburg für 1-0 zu Hause gegen Braunschweig. Für Würzburg auch wichtig da. Unten. Wir gehen rein in den zweiten Durchgang. In Nürnberg. Behrens Mühl kurz da auf Kempe. Auf Petrack. Der auf Sani. Der wieder auf Ribeiro. Resch. Der den Ball gegen Udukai verliert. Ein Udukai kommt überhaupt nicht mit zurück. Kerk ist da. Zwischen und irgendwie kommt Kempe doch zur Flanke. Kehrer klärt er. Kerk. Prömel. Lakazet. Reese. Hauptmann. Wieder Kerk. Er steigt nochmal drauf. Und Prömel will Reese anspielen. Findet aber den Mann nicht. Kerk. Prömel. Lakazet. Lex. Duziak. Betrack dazwischen. Das ist dann zu zentral, weil zu viel zu eng. Reese. Mittelstädt. Mit Prömel im Zentrum. Und dann muss auch Lex da mal entgegenkommen. Tut das nicht. Sali. Kera. Keiner bei Leibold. Doch, Duziak. Lex hilft. Aber immer zurück. Wichtig. Udukai. Spielaufbau. Mittelstädt. Kerk. Seitenwechsel kommt so gar nicht an. Nämlich auf die Brust von Leibold. Der macht es gleich schnell. Sali. Das ist Eves safe. Da ist Udukai jetzt schon wieder stellt den Fuß rein. Freistoß für die Klobberer. Hanno Behrens. Lakazet auf der Linie. Das ist gar nicht. Das ist Hufnag. Das ist Sali. Mendel. Zentraler Ball. Kerk. Nicht gut. Salis Nachschuss neben den Kasten. Und von Udukai auch nicht geblockt. Abstoß. Mängel mit dem langen Ball. Der Ball landet bei Hauptmann. Lakazet. Duziak. Gegen Jagpareinwurf. Die Löwen. Duziak. Lakazet. Krömmel. Kehrer. Kräse. Hauptmann. Versucht durchzustecken. Aber kommt nicht ganz an. Riberes. Hauptmann. Press drauf. Einwurf. Nürnberg. 63 Minuten gespielt. Wichtig. Da zu sein. Trotzdem zu zeigen jetzt. Dass man hier früh auch Nürnberg unter Druck setzen will. Genau. Und solch Einwürfe dann zu erzwingen. Um zurückzukommen in den Ballbesitz. Krömmel. Da Kassett. Reese. Da Kassett. Behrens geht da nicht drauf ein. Auf die Idee. Lex. Zurückgelegt. Der Abstoß. Duziak. Abgeblockt. Kopfball Sally. Klärt die Zeiten aus. 68. Minute. Wir gehen mal rein. In den Wechsel. Wechsel. War Zofa für La Kassette. Reese heute raus. Dafür Platte nochmal. Von Anfang an. Beziehungsweise. Reese dann nochmal für Keag. Der die Partie dann eigentlich verlässt. Doppelwechsel jetzt bei den Löwen. Mittelstädt. Brömmel. Bei Nürnberg kommt Ischak. Für Sally. Also das nochmal ein Spieler mit mehr Mentalität. Mit mehr Physis da im Sturm jetzt. Bei Nürnberg. Duziak. Gegen Leibold. Ein Wurf. Der nächste quasi. 70. Minute Duziak. Taffa Zofa. Reese. Ob man. Grisha Prömmel. Iberisch blockt. Auch das wäre da nochmal. Den 6er. Vielleicht der Abschluss stark ist. Eine Idee. Gut dazwischen. Oder okay. Alles gut. Taffa Zofa. Duziak. Wir gehen E-Safe. Duziak nochmal. Duziak. Prömmel. Hauptmann. Platte. Hauptmann. Kommt nicht zum Aufschluss. Der ist dazwischen. Und klärt dann erstmal. Betrag. Leibold wird da früh gefoult von Reese, der die gelbe Karte sieht. Aber den Angriff unterbindet. Jack Bass langer Ball. Kopfball Eves. Nächster Pfiff für die Nürnberger. An dieser Stelle. Behrens Freistoß. Behrens Kera klärt. Nochmal Behrens Platte. Reese. Den Hufnagel gibt den Pfiff. 79. Minute. Wie wechseln wir jetzt nochmal? Dammerer für Hauptmann. Äh, für Reese. Hauptmann geht dafür auf die rechte Seite. Ester Wechsel Leibold, glaube ich, geht da raus bei den Löwen. Sobald Nürnberger nicht richtig gesehen habe. Brodokai, Kurz, Kera, Nittlstedt. Schippball in den Lauf für Lex. Der wartet, ist nicht im Upside und wartet zu lang, weil Hofland eben an dem Ball wegrätscht. Es ist zu einfach dann von Lex, wie er da auf den Ball wartet. Entschuldigung entgegen zu gehen. Hoflands langer Ball. Römmel, Engseiten aus, Einwurf. Lügel. Schlichtet. Römmel. Taffa, Zofa, Dammerer. Hauptmann. Platte. Lex. Schöner Chipballversuch, aber er kommt nicht an. Schlackball wieder nur lang und hoch in Richtung Kera, der Ball kommt zu. Na, da außen ist Ischak. Dudziak. Taffa, Zofa, Ischak nochmal in die Mitte. Lex. Taffa, Zofa, Dammerer. Verpasst den Moment, der Saab spielt es eigentlich beplatte. Der läuft auch nicht richtig. Hat er dann zurückgelegt. Sabiri, Behrens. Kein Abseits von Lukas Mühl, der mit nach vorne gestartet ist. Der Abschluss. Nee, bitte, Carsten. Freunde. Das ist viel zu einfach. Einmal Ball jetzt da von Mennl. Platte, Kopf, Ball. Nee. Das ist zu einfach. Mühl. Lebsäf. Ischak. Riverisch nochmal Mühl. Der Ball muss doch da weg. Und dann ist es Mühl, der Abschluss wieder über den Kasten. So, und Mennl jetzt mit dem ganz weiten Ball Richtung Dammerer. Der Kopfball, der niemanden findet. Das gibt es nicht. Sabiri. Mühl. Ischak. Gretsche geht ins Leere. Ischak. Gretsche geht nochmal ins Leere. Nochmal. Ein Junge Ischak Hauptmann ist dazwischen. Einwurf. Nein. Schluss. Und wir gewinnen auch diesen Kampf hier in Nürnberg mit 1 zu 0. Das sehr wichtig ist. Statistisch. Schüsse, vier Zwischschüsse aus 2 zu 3. Mehr Ballbesitz. Mehr Zweikämpfe. Passgenauigkeit bei beiden gleich. Schussgenauigkeit bei uns etwas besser. Puh. Ich würde sagen, der Sieg geht hier in Ordnung. Man of the Match. Hauptmann mit einer 8,8. Wölzburg gewinnt 2-1 gegen Braunschweig. Wichtig für die Kickers da im unteren Kampf da unten. An diesem Sonntagnachmittag. Für uns am 16. Spieltag drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. Wir gehen ins Training hier rein. Lassen die Jungs weiter ein bisschen sich drinnen, sich weiter pushen. Der junge Meier soll weiter in der zentrale Wichtige. Dicke Sachen trainieren sollte ich da nämlich als spielmachender Sechser. Habe ich irgendwie ein bisschen eingeplant. Mal gucken, ob man das wirklich erfüllen kann. Bremen auf 3. Mittlerweile drei Punkte vor Hannover. Vier schon vor Union. So langsam setzt sich alles ab. Wir haben zehn Punkte auf Platz. Drei Vorsprung. Das ist wichtig. Das kann so bleiben. Wir gehen noch ein paar Tage voran. Und dann sehen wir uns im nächsten Part zum letzten Spielernrunde, zum 17. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Haut rein. Und ciao. Ciao.